Ruby Rubates hatte immer ein Gespür, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Bis zu diesem Moment. Da ist er! Haut ab! Ruby, Platz, schließt! Ihre Steuerkarte. Steuerkarte? Ich hab keine. Und Ihre Arbeitserlaubnis? Ich arbeite, das reicht doch, Mann. Ich bin hier geboren und mach den Bär. Ich will hier raus! Hey, ich bin kein Türke, ich bin Amerikaner, lass mich in Ruhe! Hablas Español? Hey! Hilfe, ich werd deportiert! Ich bring dich morgen über die Grenze. Nicht schießen, ich bin Amerikaner! Raus aus meinem Kühlschrank. Ich bin ein Zweck. Geben Sie dem Mann eine Paprika-Tortilla. Ich kann nicht Max Baranisch sprechen! In zwei Wochen wirst du genug verdient haben. Zwiebeln, Führerscheine, Steuerkarten, yeah! Du mich auch! Okay, jetzt bist du Fernando Venezuela. Du bist der Bohnen-Champion von letztem Jahr, klar? Das ist ein Paradies. Und? Kommt ihr alle her! Die alle gingen schwarz über die Grenze. Und auch Ruby kam wieder in seine Heimat zurück. Ich bin geboren in East L.A. Ich seh vielleicht aus wie ein Türke, aber ich bin geboren in East L.A. 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 Ich bin geboren in East L.A.